Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblack Funks 3. Wir möchten dieses Klappermäuler oder langschneuzigen, irgendwas kaputt machen. Was macht ihr mit eigentlich? Welche Bauten gehen oder? Das finde ich geil. Schön. So, vielleicht brauchen wir das. Jetzt können wir die Zeit. Ich möchte aber trotzdem noch weiter umschauen. Ja. Oh, schön. So. So. Das geht schnell. So. 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 So fast. Es ist ja voll rein. Ich vergesse mal manchmal wie ich spiele hier. Kein Vercuttet. Ach komm hier. Auf weg mit dir. Wollt ihr so ein bisschen ankotzen oder was war das? Das machen die Viecher auch ganz gerne. So was haben wir hier? Oder was finden wir hier? Ich hoffe einfach mal das ist der optionale Weg. Oder war der andere Optional? Ich hab keine Ahnung. So. Pivotan. Das soll Piraten-Pivotan sein oder? Der eine hast du nicht gehofft als wir eigentlich nicht. Schade. Ja. Felspielen. Ja. Na, wir haben Diener. Ja. 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 Ja, ich hab das Spiel ab. Ops. Ich hab das Spiel wieder. Sehr gut. Okay, das war's, das war's, das war's. Ich bin ganz gut. Perfect. Ich vertaue euch, die Muschervögel hier. Die Muschervögel hier. Die Muschervögel hier. Sehr gut. Endlich. Oh, es ist noch einer. Ich finde Senna ist eigentlich relativ. Cool. Sie unterstützt immer ihre Leute. Wirkt eigentlich immer recht fröhlich. Let's try to sneak in quietly. Oh, oh ja. Vielen Dank. Nehmen wir mit. Äh, da soll ich denn? Mist. Ah. Okay, dann machen wir erst das. Dann gehen wir zurück und dann nach oben irgendwie. Eigentlich wäre ich ein bisschen nach oben. Naja. So, was ist das für ein Schiff? Wie kommen wir von hier aus näher an die Baleana ran? Baleana? Ach, wie auch mal. Au. Verdammt. Sie haben uns im Text? Das wird ihnen nichts nützen. Ach, will es das nicht? So, 46. Bosse. Ach du Schande. Wir wollen noch Verstärkung? Okay. Das geht jetzt. Echt übel aus. Echt. 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 So, noch ein bisschen draufhauen hier. Alter, was? Was? So, ich greife am besten den großen Weid an. Oh, Taylan ist weg. Aber noch mehr ist zu klein kaputt. Und noch mehr ist zu klein kaputt. So, die schon mal weg sind. So, ab dem großen? Ja. Dann machen wir die Anglos-Kette, um unsere Leute hochzuhalten. Und dem großen ordentlich Schaden auszuteilen. Ähm, was machen wir? 28 Schadenattacken während der Anglos-Kette. Hygienische Abwehr zu ignorieren. Perfekt. Wenn er keinen Anglos-Kette hat, ist das mega. So, das heißt, wir fangen mit Damage an. Schleuder rausweichen. Kraftfeld. Zulusangriff. Blutung. Ist egal. So, kommt drauf. So, dann können wir das hier noch machen. So, dann steigert die Auswahl der TP um 50. Wenn der Gegner keine Maschine ist. Ach, wenn der Gegner keine Maschine ist. Ist er. Perfekt. Dann haben wir Heilung. Ein bisschen hochkriegen hier. Perfekt. Oh. Okay. Okay. Okay, er ist schon wieder da. Dann würde ich sagen, alle Mitstreitungen gewählt ihre Regeneration. Ja. So. Das heißt, du bist dran. Brauch doch lange beim Treffer. Nehm ich immer gerne. So. Und dann. Nehmen wir sie nochmal. Bisschen Heilung. So. Dann können wir ihn theoretisch nochmal nehmen. Wir machen ihn. Ne. Ich nehme ihn nochmal. So. Haben wir für über 150. Oh. Nett. 236. Nett. So. Exzellent. So. Wir haben. Noah und Valdi. Deswegen nehmen wir sie nochmal. Ähm. Was nehmen wir? Angriff. 53. Sollte nicht ausreichen für. Vollen Damage. Also nicht für über 100%. Gut. Boah. Wie ihr einfach 155 macht. Heftig. Ja. Dann machen wir ihn nochmal. Ja. Dann machen wir ihn nochmal. Natürlich können wir ihn jetzt nochmal nehmen. Boah. Das ist ja mega stark jetzt. So. 161. 310. Oh. Das ist unser Maximum was wir bisher hatten. Nice. Oh. Vernichtet. Perfekt. Ah nein. Große schon mal weg. Exzellent. Reaktivierung. 200. Was ist mit ihm? Da dreht er richtig hart durch. So. Ich brauche irgendwas kleines an Damage. Wow. So viel zu kleiner Angriff. So. Dann können wir sie nochmal reinholen. Noch mehr Heilung. Und Damage. Wow. So viel zu kleiner Angriff. So. Und ihn auch nochmal. Ja. So. So. Jetzt kommen wir locker wieder über 300. Bei dir nicht dazu zählen. Auch wenn sie Heidler sind. Ja. Und nochmal neuer Rekord. 384. Alter. Über 1000%. Nice. 504. 504. Dp Bonus kriegen wir auch nochmal. Ohne Ende. Uh. 100k hält alleine. Ah. 600k. Nett. Hat sich blund. So. Ränge sind gestiegen. Jetzt machen wir erstmal die kleine wieder kaputt. So. So. nur der große. Ich glaube der wird nicht mehr viel machen. auch der ist weg hinüber. Schön. Nein. Nimmt man gern. Das waren hoffentlich alle. die haben ja nur einmal Hilfe gerufen. Ich dachte das macht jetzt öfter und weil die zu zweit waren hätte das schlimmer werden können. Sehen wir uns das Schiff mal von innen an. Seid besser ein paar von uns draußen in Wache schieben. Anwälte ich mich mal freiwillig. Ich auch. Direkt wie am trainieren. Wow. So, Uroboros auch trainieren? Du bist... Uh... Shania. Shania Reade. Soll deine rescue mission? Gondor und ich sind Freunde von der Krib. Ich weiß nicht das Wort, Krib. Das bedeutet, dass du uns ein paar Mal kennengelernt hast? Ich glaube, du hast nicht diese Sprache benutzt. Warum sogar benutzen die Sprache? Es fühlt sich so, dass wir nur bei cross-purposieren sprechen. Uh, sorry about that. Know what? Forget it. Well? Gonna answer my question? You mean about training? Yeah. That's the thing. Mimi and the others are doing their best. I need to as well. Anything to help me get an edge. So... Ah. Mimi. Is it? That's what you call her. The one with the long ears. Yeah. We've always been in the same colony. Your friends. That might be saying a lot. She's kind of like my role model. She's strong, kind, mega dependable. That's when phobic passed. Definitive. You're... Senna, right? Huh? Huh? Oh. It's... You are... I'm Mio, third term. We haven't met before, have we? Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Your name totally slipped my mind. But I don't think we've talked before. Uh... Um... You know, I was just looking for a training partner. For the trial? I like to think I'm pretty quick on my feet, but I'm not really strong enough. If... Our captain said you would make a good addition, and that you're super strong. He's exaggerating. I'm totally average, totally. Want to try? Teaming up? With you? Are you sure? I'm a nobody. Sure, I'm sure. I'm literally asking you right now. It's your choice. Well, if you really don't mind, sure. Really? Golden? We're a team then. Mm. Thank you. Role model. She's the one who's kept me going. I wouldn't be here otherwise. And after meeting you guys, now I understand what life's really all about. A part of nature's cycle. I'd never even thought about it before, but it's pretty amazing, huh? How is it natural? Huh? Why should we swing our blades around without a hope of winning? Better to die and be born again inside their cycle. Just pulling your leg. Caught you off guard? Well, yeah, you kinda did. How do you expect me to react to that? Hey. Do you always work so hard for approval? That fun? Huh? You can tell? That's right. Because we're just the same. Hmm. Was diese Bestätigung nicht kriegt, wa? Glaube ich zumindest. Deswegen ist sie auch so genervt, dass wir jetzt die Eroboros sind und ich sie. Wenn es dir mehr nicht mehr an that belgesen. Fuck die Eroboros. houses, bis jetzt die Eroboros sind und dabei für Sie. Und die Eroboros sind und die Eroboros sind. foolish, sana haben wir diese Eroboros间���ð Vorteil, aber da die Eroboros sind. Sie meinen das echt ernst? Ja, kommt, wie irgendwann noch unser Gegner wird. Wahrscheinlich würde ich sagen, es würde passieren. Hey, uh, Mimi? What's up, speak to me. Uh, uh, um, it's, uh, lovely weather we're having. I don't know, I'd say lovely, a bit overcast. Oh, you're right, silly clouds. Guess I had my head in them. Huh? Hm, was war das? Um, was we can't talk about. Um, was we can't talk about this? Sollten wir noch weitere Informationen suchen. Wie immer übertreibst du es mit der Sorgfalt. Irgendwann hilft uns das. In dem Fall kann man es mit der Sorgfalt gar nicht übertreiben, denke ich. In der Risa-Basis auf der Insel Sabane könnten wir uns auch nach weiteren Hinweisen umsehen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall versuchen. Wir sind auf die Bitte von Skatoto hier. Hast du einen Stein für sie? Ach, jetzt ist schon wieder Zeit. Stein von Lozelo ist... ja... Wo war Stein denn gleich nochmal? Wir sollen die Steine jedenfalls alle einsammeln und bei ihr abbringen. Und die Steine machen. Ah, hier hat Lozelo noch einen Stein. Ich weiß nicht mehr, wozu Stein gut war. Aber ist hoffentlich in Ordnung. Bestimmt. Klar, die Einzelheiten sind uns egal. Solange wir Steine einsammeln, haben wir unseren Teil der Abmachung erfüllt. Wenn Skatoto von Menschen helfen lässt, hat wohl selbst viel zu tun. Als Freunde bei Memo Memo vorbeischauen, bitte vorsichtig sein, sonst kriegt Memo Memo Herz Caspar. Danke, das werden wir beherzigen. Wir haben neue Leute auf der Ebene. Los Ero hat von Samo und alles gehört, hier um zu helfen. Ich möchte viele Agnose dann versammelt bei Rössia Basis. Frontalangriff, deshalb super duper knifflig. Freunde, ordentlich vorbereiten, bitte. Erst dann aufbrechen, ja? Na ja, bisher kommen wir ganz gut durch. Was kaufen wir denn so? Das haben wir schon. Erhöht Heilkraft. Ich reichne mich davon nochmal einen mit. Am besten zwei. So, gewährt 22%ige Blocksperre-Resistenz. Hm, brauchen wir das? Einkauf ich mal. Erhöht Eta ab, wir haben 15%. Ja, warum nicht? Erhöht Dauer von Schwanken, 25%. Das brauchen wir eigentlich nicht. Fessel-Resistenz. 19%ige Fessel-Resistenz. Resistenz ist gut. Ein ausgeteilter Schaden sinkt um 30%. Erlittener Schaden sinkt um 15%. Toll, nützlos. Erhöht Block-Rate um 40%. Nett für die Tanks. Äh, erzielt 20% mehr Schaden, wenn KP bei 90% oder höher liegen. Äh, so oft sind wir nicht bei über 90%. Gewährt 30%ige Zielzwang-Resistenz. Möchte ich jetzt eigentlich auch gerade nicht ein. So, das ist Level 2. Hm, okay. Kann ich eigentlich selber auch noch ein? Ich... Nö. Schade. So, ich weiß, ich übertreibe es wieder, aber ich möchte nochmal nach den... ... Kristallen gucken. Haha. So. Einmal nochmal kurz drüber schauen. Die guten Juwelen. So. Nein. Ich finde noch einer. Ich finde 2. Ich finde auch alles. Schade. Nein. Einer. Auch einer. Nope. Einer. Moment. Wir sitzen mal. Eins. So. Okay. Den kann ich auf 5 machen. So. Hier fehlt auch wieder nur ein Item. Ey, das ist so traurig, dass immer nur einer fehlt. Hier auch. Den könnte ich überspringen, wenn ich hiervon noch einen Auxilius-Zylinder finde. Keine Ahnung, wo ich den finden soll. Schade. Na ja, wenigstens einen nochmal verbessert. Die Haller werden sich freuen. Eigentlich das ganze Team. So. Sehr gut. Dann möchte ich jetzt den Berg nochmal nach oben laufen. Und gucken, ob wir irgendwas verpasst haben. Ich habe mich ja irgendwie direkt für die richtige Route entschieden, was ein bisschen blöd ist. Oh, Moment. Ups. Mitnehmen. Mitnehmen. Und hoffentlich noch, dass Sachen sammeln, die er austrämt. Gibt es so tolle Sachen? Was sind hier die drei, ne? Perfekt. Okay, gut. Wir machen dann erstmal Schluss für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.